Fantastisch! Wenn ihr die Apps darüber runterladet, dann statt sie über den Play Store zu laden, Punkte verdienen und mit diesen Punkten könnt ihr Preise bekommen. Beispielsweise wenn ihr jetzt hier die App Panzersturm runterladet, dann bekommt ihr 24 Punkte und wenn ihr ein paar Punkte gesammelt habt, könnt ihr die irgendwann eintauschen gegen verschiedene Sachen. Zum Beispiel gegen PayPal Guthaben oder iTunes oder Amazon Gutscheine und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, da könnt ihr definitiv, wenn ihr mal Interesse daran habt, irgendwie ein, zwei Apps zu spielen und euch die sowieso runterladen wollt, dann könnt ihr das hier drüber machen und dann könnt ihr Punkte bekommen und die hinterher irgendwann eintauschen gegen verschiedene Gutscheine und Guthaben bei PayPal beispielsweise. Und bevor es da wieder böses Blut gibt, natürlich haben wir auch was davon, wenn ihr euch das runterladet und zwar kopiere ich euch hier für diesen Link in die Beschreibung und ihr könnt euch darüber die App runterladen, dann kriegt ihr schon glaube ich Punkte am Anfang, 50 Punkte gutgeschrieben, wenn ihr da diesen Code hier eingebt, beziehungsweise es über den Link runterladet und dann den Code eingebt, dann bekommt ihr schon 50 Punkte als Gutschrift am Anfang und wir bekommen dann auch ein paar Punkte, wenn ihr irgendwas runterladet, sodass wir beide Seiten davon profitieren, wir nehmen euch quasi keine Punkte weg, sondern wir bekommen einfach auch welche, wenn ihr welche bekommt und so können wir irgendwie beide Seiten davon profitieren. Und ja, das ist im Endeffekt wie bei AppBound ja auch, also ihr ladet euch, das sind die App runter, FeaturePoints, über den Link, wie gesagt, den kopiere ich euch in die Beschreibung und gebt dann in der App, wenn ihr es installiert, diesen Code hier ein, FRDZ99. Und dann kommt ihr, ah ne, dann kommt ihr nicht da hin, dann kommt ihr hier hin, auf diese Seite und hier könnt ihr dann eben verschiedene Apps testen, hier gibt es jede Menge Apps, die ihr testen könnt oder ihr könnt auch verschiedene andere Sachen machen, zum Beispiel einfach die Seite auf Facebook liken oder bei Twitter folgen, dann kann man da relativ easy eigentlich an Punkte kommen, das höchste ist jetzt hier beispielsweise 98 Punkte bei ShopNow, die Bonus App. Wenn man die jetzt runterlädt, hat man schon 98 Punkte, guck mal, das ist schon, äh, quasi die halbe Miete für 5 Euro PayPal Gutschein, ja nicht ganz, aber fast. Und, äh, ja wie gesagt, also wir profitieren da beide von und wenn ihr das machen wollt, ich hab eben nämlich schon, äh, mir mal Clash of Lords 2 runtergeladen, hab auch sofort die 40 Punkte hier oben gutgeschrieben gekriegt, ähm, ja das ist eigentlich schon eine ganz gute Sache, da kann jeder wirklich ein bisschen was von profitieren und selbst wenn es hinterher irgendwie hinterher nur ein 15 Euro Amazon Gutschein ist, die man davon hat, ist ja auch nicht verkehrt, ne. Also wie gesagt, ich kopiere euch den Link mal in die App, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr mal ein paar Apps, neue Apps testen wollt, hier werden immer ein paar neue coole Sachen auch vorgestellt, paar interessante Sachen, hier zum Beispiel die Flashlight App, die hab ich persönlich selbst auch auf dem Handy, ähm, oder gut, das gibt's hier noch Fashion Story, das haben wir, glaub ich, sogar auch mal getestet, Castle Clash haben wir mal getestet, ähm, ja halt viele verschiedene Sachen, Jewelmania, Bubblemania, klar, das sind auch solche ganz lustigen Spiele eigentlich, da kann man eigentlich mal ganz gut gucken, hier kriegt man immer ein paar schöne neue Vorschläge. Wenn ihr da Bock drauf habt, äh, ladet's euch mal runter, wie gesagt, Link in der Beschreibung, den Code müsst ihr dann halt noch eingeben, und dann könnt's auch schon losgehen mit der, äh, Punkteverdienerei und dann könnt ihr die Punkte halt irgendwann wirklich mal eintauschen gegen einen Amazon iTunes Gutschein oder gegen, äh, auch Paypal Geld, so. Wie gesagt, äh, wir haben da auch was von, also nicht meckern, dass das Betrug wäre oder sonst irgendwas, äh, profitieren einfach beide Seiten von und danke fürs Zugucken, gebt einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat, wenn ihr's macht, schreibt mal eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare, ähm, ob ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht habt und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, ciao! Ach ja, was ich noch vergessen hab, natürlich, äh, noch zu zeigen, wie es funktioniert, und zwar geht ihr einfach hier auf die Links drauf und könnt euch dann hier oben, äh, die App runterladen, und dann kommt ihr in den Store und ladet euch die App runter und könnt sie testen. Ihr müsst das dann, glaub ich, eine Minute spielen, also im Endeffekt, wenn's euch nicht gefällt, könntest du das sofort wieder löschen. Ähm. Okay, man darf, muss dann gleich im Netzwerk bleiben, aber okay, ihr könnt auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, euch die App dann einfach hier drüber runterladen und dann landet ihr im Store und könnt die, äh, testen. So, das war's jetzt aber, also danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.